Uns ist eine klare Botschaft, die Frauen ermächtigt, wichtig. Wir wollen Frauen nicht per se in einer Opferrolle denken, aus der heraus sie zum Handeln befähigt werden sollen. Wir wollen ihnen eine starke Position geben, auch wenn ihnen häusliche, sexualisierte und jede andere Form von Gewalt widerfährt. Frauen sollen in sich gestärkt werden, selbstbewusst und frei, über ihr Inneres und Äußeres zu entscheiden. Frauen sind stark. Hier schlagen wir den Bogen zu den Hilfsangeboten. Dem Erleben von Gewalt jeder Einzelnen treten wir gemeinsam entgegen. Keine Frau soll alleingelassen werden. Durch die Nutzung von Hilfsangeboten, ob bei Institutionen oder Selbsthilfegruppen, kann sich die vermeintliche Schwäche, keinen Ausweg, keine Lösung zu sehen, in Stärke verwandeln.